Wunderschönen guten Morgen liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Heute ist immer noch Freitag, ich bin ziemlich gehetzt, ich muss dann los und weg. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass ich jetzt noch vier Aufnahmen hinbekomme, also nicht Aufnahmen, sondern vier Folgen hinbekommen, also zwei Aufnahmen. Von mehr habe ich keine Zeit. Und dann habe ich immer noch 19 Spiele am Sonntag, aber 19 Spiele sind immer noch besser als 25 logischerweise. Eine Tagesfreude, Einsatz, äh, Tagesfreude, eine Tagesaufgabe, Einsatzfreude, aber auch eine Wochenaufgabe, die sind natürlich wichtiger. Weil, da gibt es mehr, da gibt es 1000 Coins, yeah. Squad Battle Meister, werden wir doch direkt bei Squad Battles zocken, lel. Okay, ersten beiden Spiele gewonnen, das erste absolut verdient, das zweite mehr als glücklich, aber so ist das halt manchmal. Und dann hoffen wir mal, dass wir jetzt weiterhin gewinnen. Ob glücklich oder verdient, ist mir eigentlich erstmal egal, ob wir gewinnen. Wäre natürlich geil, wenn wir jetzt wirklich sechs Spiele schaffen, damit sechs Siegen zu starten. Ich glaube nicht, dass es passiert, aber es wäre cool. Das würde immer noch nicht bedeuten, dass wir jetzt irgendwie besonders weit kommen oder so, aber es wäre halt schon mal geil. Und ja, Wagner hat im letzten Spiel hervorragend gespielt, wichtiges 1-0 gemacht, hat mehr oder weniger auch das 2-0 geschossen, auch wenn das als Tor für Arangis gewertet wurde. Hat auch eine Vorlage gegeben, also Wagner. Also eigentlich hat man Scorer-Punkt mehr. So, don't give up. Da haben wir, ja, ein Bundesliga-Team mit einem, mit einem Gündogan als ZOM, der nicht ganz ins Team reinpasst. Und jetzt habe ich leider nicht geguckt, ob Origi oder Gomez irgendwelche Pace-Chemistry-Styles draufhaben. Ansonsten wäre er ja nicht der allerschnellste Sturm. Was mal ganz angenehme Abwechslung ist, ehrlich gesagt. Wenn er nicht nur auf Pace gespielt wird. Schön mit Ginter gemacht. Schade, ach man. Doppelt-Achmann, dreifach-Achmann, vierfach. Sehr gut. Scheiße, das hat er leider genau richtig gemacht. Ist stehen geblieben. Ich dachte, er geht aggressiver drauf. Hat Schmelzer eigentlich den Ball. Haben wir Glück, dass es nicht 1-0 steht, aber der Gegner hatte auch Glück, dass er zweimal in den Ball gekommen ist wieder. Weil wir hatten zweimal, waren wir am Ball dran. Es gibt einen Wurf. Ach, er hat auch Kimmich, aber ist der Normale und nicht der Second-Inform. Er macht es nicht schlecht, wie er sich mit den zwei Stürmern durchkombiniert, muss man sagen. Wir kriegen leider keinen Konter hin, aber man kann es halt nicht erzwingen. Der Gegner hat sich gut hingestellt. Ich glaube, es geht nicht. Oh, schöner Schuss, da wäre sowas von rein. Gut gehalten von Bürki. Toprak! Oh, schießt Zuber an, keine Ahnung, was das war. Oh, das ist auch noch abseits, oh mein Gott. Toprak ist noch Kopfballsteig. Das ist mal eine sehr interessante Abschlagsvariante. Das war aber auch knapp. Hat ziemliches Glück mit den zweiten Bällen, meine Fresse, ey. Geiler Pass auf Zuber. Krass. Ich hätte zwar gedacht, dass er ihn eher mit dem Kopf macht, ehrlich gesagt. Also ich wollte flanken, ich wollte auf Wagner flanken, aber ich wollte auf Wagner flanken, dass er ihn mit dem Kopf macht. Dass er ihn dann einfach Wolle rein macht, okay, gerne, 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 gerne. Ja, Wagner ist einfach ein Biest von drin, was den Abschluss angeht, das ist der Wahnsinn. Second-Inform wäre interessant, also jede Inform von ihm. Ich glaube, ab der dritten Inform wird er richtig geil, weil irgendwann hat er dann halt auch einfach ein richtig geiles Dribbling. Oder man kann ihm da auch irgendwann mal einen Championship-Style geben, der Dribbling verbessert, weil man den Abschlusswert nicht mehr verbessern muss. Der war mit seinen verdreckten Doppelpässen die ganze Zeit im Strafraum. Zum Glück klappen die zur Zeit nicht ganz so gut, aber sie klappen besser. Also er kann sich schöner durchkombinieren, als ich das gerne hätte, wenn ich ehrlich bin. Schöner Abschluss, aber auch wieder anscheinend zu ihm platziert. Bekomme ich den Spieler, den ich will. Oh, nein! Zum Glück war Kimmich da, weil... Das war jetzt... Naja, ist egal. Ist egal, was es war, aber es wird los. Kann ich mal auf Defensiv gehen. Jetzt hat er mal einen Stellungsfehler drin und... Kimmich ist da. Schade, jetzt wollte ich die Schussteuerung machen, aber er war da Ballkontakt noch nicht wieder da. Sucht immer Doppelpass Origi, Gomez, die ganze Zeit. Ja, also ich glaube, die letzten drei Pässe waren alle nicht geplant. Sie sollten alle woanders hingehen. Und es hat aber lustigerweise trotzdem funktioniert. Was die ganze Sache ziemlich cool gemacht hat. Ja, es war jetzt wieder das Problem, Dribbling mit Wagner. Wir haben Glück, dass wir den Ball behalten, aber es war gerade wieder ein Problem, das Dribbling. Und schon wieder klappt's, schon wieder klappt's. Oh Gott, Flanke aber auch angehessen. Er hat noch die Zeit, den Ball anzunehmen und machte dann das lange Eck. Sehr geil. Effektiver gerade ist das Flankenspiel, als die merkwürdigen Doppelpässe vom Gegner. 2-0, sehr schön. Aber es reicht noch lange nicht. Vor allem nicht gegen den Gegner. Da hatte er so viele... Da hatte er eine richtig gute Chance, ein paar Halbschancen. Also das kann auch ins Auge gehen. Komm, bitte brech ab. Also er bricht eh nicht ab bei dem 2-0 aus. Wäre geil. Zeitsparen. Aber ich glaube, in FIFA 18 wird viel, viel weniger abgebrochen. Weil es hier einfach normal ist oder normaler, solche krassen hohen Ergebnisse zu erzielen und dann vielleicht noch zu drehen oder so. Also wie gesagt, wir lagen 2-0 hinten, haben dann 5-2 gewonnen. Wir lagen 3-0 vorne, haben dann 6-6 ins Elfmeterschießen gespielt und dann im Elfmeterschießen verloren. Also Vorlage war von Zubor, glaube ich. Und das ist aber wirklich auffällig, wie oft er den zweiten Ball bekommt, obwohl ich halt dran war. Komm, jetzt ist natürlich auch Kopfballsteig. Kopfballsteig. Schön mit und von Toprak. Sehr gut, 2-0, erste Halbzeit. Kann sich sehen lassen. Wenn der Gegner vorne ein bisschen besser gespielt hätte, müsste sie eigentlich 2-1 stehen. Mit ein bisschen Glück sogar 2-2. Aber ich denke trotzdem, da ich meine Chancen so gut genutzt habe und gerade auch das erste Tor... Ich denke, das zweite mit Arangis war ein bisschen glücklich, aber das erste Tor mit Wagner war halt wirklich einfach... Oh, das hat er gut anzipiert. War halt wirklich einfach gut rausgespielt. Deswegen denke ich, ist es auch verdient. Vielleicht ein Tor zu hoch, die Führung. Aber ich denke, im Großen und Ganzen ist es schon eine verdiente Führung. Oh, ja, was ist denn los? Jetzt hat er wieder das Glück gehabt, dass er genau in dem Moment da irgendwie stolpert, wenn ich meine Schussläufung ansetze. Ich glaube, ich ziehe nur noch durch gegen ihn. Schön von Schmelzer. Oh, eigentlich ein schöner Pass, schade. Und das von Wagner? Oh, das war natürlich ein bisschen riskant. Da waren wir auch mit dem Fuß dran, aber es reicht nicht. Der Fußspitze besser gesagt. Haha, du hast gesehen von Ginter, richtig krass. Und weil das gegen Gomm ist, der ja auch körperlich ziemlich robust ist. Das war mal schön. Das war glücklich. Schade. Nein, diese dumme Grätsche. Hätte ich die nicht gemacht, hätten wir jetzt den Ball gehabt. Fuck. Sinnlos. Ach, ich dachte aber, wir kriegen den Ball noch mit der Grätsche, logischerweise. Das hätte ich sie nicht gemacht, aber... Die war blöd, die Grätsche, weil dadurch haben wir den Ballverlust gehabt. So, mittlerweile weiß ich ja, dass er immer wieder die Doppelpässe macht. Er hat auch keine wirklich große Variation im Spiel, finde ich. Deswegen ist es leicht zu antizipieren. Und leichte Stellungsfehler hat er schon im... Hoho! Ei, 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 ei. Also das ist gelb. Das ist auf jeden Fall richtig fettes Gelb. Was? Come on! Pack's aus, Freund! Ja, er hat ihn gelb gegeben, oder? Er hat keinen Bock mehr, das noch zu Ende anzugucken. Ja, ich kann es halt einfach nicht. 82. Wobei, wenn er es so macht, kann man ihn ja fast schon vollspann reinschießen. Sehr knapp. Ein Tick weiter nach links und es hätte geklappt. Das war eigentlich schlecht gestellt von ihm, die Mauer. Okay. Auch wieder gut verteidigt. Was rennt denn jetzt Ginter in den... Ist das dumm? Bleib doch mal wieder hinten, du bist Innenverteidiger. Ach du Gott. Und jetzt geht er wieder zurück. Ei, 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 ei. Also was ist das, was ich da gedacht habe? Ich habe definitiv niemanden in den Lauf geschickt. Definitiv nicht. Ah, er hat ja schon Reverie, fällt mir gerade ein. Was der kostet, weiß ich gar nicht. Aber da ist es glaube ich auch einfach ein Tick zu langsam als RM. Wobei mit Champions-Py-Style sollte es gleich gehen. Schade. Kommt nicht wirklich durch. Oh, ich weiß jetzt, ob der Gegner abgebrochen hat oder ob es von alleine passiert ist. Ist egal. So oder so. Er hat gewonnen. Tore, Wagner und Arangas. Vorlagen zweimal Zuber. Okay, deswegen hat er auch eine 10er-Bewertung. Das ist schon mal schön. Dann machen wir jetzt direkt das nächste Spiel. Perfekt, dass das ein bisschen kürzer war. Dann sollte ich es auf jeden Fall schaffen, zumindest jetzt noch drei Spiele zu spielen. Ne, nicht austauschen. Und zwar geben wir ihm, ja, ich würde sagen, großer Goldvertrag. Also der nächste Innenverteidiger, der in der Bundesliga geht, ist dann natürlich Bender. Äh, Toprak. Weil Infum Ginter, ich würde nicht sagen. Ich würde sogar, also ganz ehrlich, mir hat fast Bender, Innenverteidiger Bender ohne Champions-Style besser gefallen als Toprak mit Anker. Also ich finde, Toprak fällt irgendwie nicht so krass positiv auf. Ich wechsel den jetzt logischerweise nicht zurück, weil teilweise ist es auch ein bisschen subjektive Wahrnehmung. Aber wenn ich einen neuen, also Ginter gefällt mir eigentlich gut, wenn ich einen neuen Innenverteidiger für die Bundesliga hole, Infum oder Normal, dann definitiv für Toprak. Der hat auch Infum Icardi und, Moment mal, spiele ich gerade das zweite Spiel mit der Bundesliga, bin ich doof? Ach, ich bin doof. Ja, ich hätte natürlich auf Icardi, also auf Calcio A wechseln müssen. Naja, was soll's. Kriegen wir auch so hin. Aber er hatte auch Infum Icardi und Infum Brosevic. Gute Spieler. Na, das war aber ein Foul. Nicht so ein Paisy, nicht so ein Paisy bitte. Krass, wie schlecht, dass ich da den Ball vorliegte, den Signia, aber es trotzdem schaffe, weil er einfach nur schnell ist. Aber egal, nichts passiert, nichts aufregen. Mach's gut. Wollte natürlich auf... Was, wir waren sogar dran? Und haben es nicht ins Tor gekriegt? What? Ich wollte auch eigentlich auf Wagner flanken, wenn ich auf den zweiten Pfosten. Bänder, sehr schön. Glas. Schön verarscht. Ja, mit Wagner in so einer Situation muss ich schießen, weil, wie gesagt, er kann ja nicht dribbeln. Deswegen dann lieber den Abschluss in so einer Situation suchen. Also das war jetzt ein Foul oder was? Na, alles klar. Macht er leider schlecht. Macht er zum Klick schlecht. Leider, ja. Ich ärgere mich jetzt, wenn der Gegner schlecht spielt. Das war dafür für mir wieder nicht gut gemacht. Das hat er schön weitergeleitet. Guter Schuss aus der Distanz. Oh, oh, da geht noch das gut, glaube ich. Das wird ein schwieriges Spiel. kinda. Freunde... Och, Freunde, wo klärst du denn hin? Sehr schön beim Bender. So, Wagner am Laufduell. Wie gesagt, ein Contra kann ich mit Wagner eigentlich auch gar nicht fahren. Zumindest nicht über Pace. Vielleicht über Pässe. Boah, da stehe ich doch eigentlich, oh da stand ich, also irgendwann musste er ja den Risikopass spielen und da war dann zu viel Risiko, diesmal wäre der zweite Posten besser gewesen, schade. Boah, das Dribbling von Kimmich, das ist Wahnsinn. Ohhhh, Alu, Mist, das wäre ein schönes Tor von Hekto gewesen. Leider Alu. Schöner Stellungsfehler. Ich muss ja eigentlich auch Wagner flanken, weil, oder zumindest versuchen, Wagner ist nun mal der Kopfballstärkste. Da fällt mir gerade ein, ich müsste eigentlich mal gucken, ob Kimmich besser ist, was das angeht. Schön gespielt, leider nicht zum Schuss gekommen. Gut gespielt, war wieder sehr schwer zu verteidigen gegen die Pace von Insignia. Kommt aber auch fast immer an den Kopfball. Was? Was? Wer hat denn jetzt gefoult? Oh mein Gott, ich glaube irgendjemand, der gar nicht einen Ball hatte, also den ich auch nicht gesteuert habe, logischerweise, hat gefoult. Ach du Gott. Zum Glück den Ball schlecht vorgelegt. Wer eh absetzt, ja. Wirklich ein sehr anstrengendes Spiel, weil der Gegner einfach nicht schlecht genug spielt, dass es einfach wäre. Ich meine, so ein richtig einfaches Spiel gibt es im FIFA 18, wenn du dich konzentrierst, schießt halt jeder und so. Oh ne, oder? Das gibt es doch nicht. Ja, Gomez ist halt auch ultraschnell. Der Blick kann da passen, dann scheiße. Ah, der geht echt krass auf Pace, der Typ. Aber Gomez ist halt auch sehr schnell, deswegen auch noch sehr teuer. Ich überlege gerade, glaube ich, auf Defensivspiel. Aber eigentlich mache ich es ganz gut und ich brauche ja auch ein Tor. Ich lasse es erstmal so. Aus der Drehung des Dammis werden. Wie vor Augen. Ich schaue jetzt. Ich suche mir das jedenfalls. Wie vor Augen. Dann gehen wir das hin und dann, wir kommen wir jetzt grundsätzlich. Oh, Doppelchance Wagner, schade. Jetzt. Ich wusste es, ich wusste es. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Nice. Ich hab's gesehen, dass er jetzt zum Kopfball kommt. Und er hat einfach so eine Abschlusssicherheit, auch mit dem Kopf, dass ich wusste, dass er den am Tor wieder vorbeischießt. Sehr geil. Wagner dieses Biestes. Das macht es sogar schon Kopfball zu rund nach Ecken, was derselben der Fall ist. Sehr geil. Krass, krass, krass. Hätte ich echt nicht gedacht, dass Wagner sich so lange hält und so gut ist. Und jetzt mittlerweile muss ich ja eigentlich auch zugeben, muss ich ja auch sagen, okay, selbst wenn er mal jetzt ein Spiel nicht trifft oder so, er hat jetzt eigentlich schon so viele wichtige Toreerzähler gemacht, dass ich da eigentlich auch mal, wenn er ein Spiel verkackt vielleicht, ich ihn trotzdem behalten muss. Ich muss auch langsam mal zu ihm stehen, verdammt. Okay, ich liebe Wagner, also, Wagner, my love, Wagner, my love. Jetzt wird's ein bisschen eklig, denke ich. Ich habe nicht gegrätscht, ich weiß nicht, warum er das von alleine macht. Man muss doch hier was machen sollen. Ich hätte noch nicht gegrätscht, hätte man den Ball halt easy gehabt. Wenn wir jetzt ein Gegentor fressen, wird's eklig, weil es nur durch diese blöde Chance, äh, durch diesen Fehler von der CPU-Verteidigung zustande kommt. Ruhe reingebracht. War ein normaler Pass, Schmerzen macht, oder Bender macht einen Laufpass draus, ich weiß nicht wieso. Ich wusste, dass er das macht. Sehr gut. Ich bin eigentlich zufrieden mit meiner Abwehrleistung bisher. Naja, mit einem Innenverteidiger, vor allem mit Penucci, also er wählt hier nicht wirklich gute Abbrüse. Aber das ist ein gutes Zeichen, wenn man schlechte Abbrüse wählt, dann ist es fast immer ein Zeichen dafür, dass man nicht gut durchkommt und der Gegner gut verteidigt. Oh, da hatte ich Glück, weil das gerade mit Info-Mikardi, ich weiß nicht, was für einen Champions League-Style er hat. Wahrscheinlich Hunter, denke ich mal. Er hat wahrscheinlich Hunter, boostet nicht ganz so sehr den Distanzschuss, aber etwas. Da bin ich froh, dass das, denke ich, reinging. Gewinnen wir auch mal ein Kopfball-Duell, wäre geil. Okay, da hat mir Toppack gefallen. Also Toppack hat auch schon gute Szenen gehabt, aber meiner Meinung nach gab es mehr gute Szenen mit Bänder. Habt er eigentlich gut? Kimmich. Verschiebt jetzt auch ziemlich. Oh, wieder schön gedribbelt mit Kimmich. Scheiße, ich hätte nicht einen Sprint annehmen dürfen, das war ein Fehler. Ach, der wäre ja schön durch gewesen mit Arangis. Hätten wir nicht im Sprint annehmen dürfen. Tja. Haben wir ein bisschen Pech, dass das Tor so fällt, aber Problem war Ballverlust Arangis. Ich denke ich nicht wirklich verdient, dieser Ausgleich, aber egal. So 1-1. Ich überlege, Grammaric, super. Ich glaube, ich biege gerade mehr über die rechte Seite. Und da gefällt mir auch Traor Rebwasser, weil er dann mit dem starken Linken in die Mitte ziehen kann. Herrera können wir eigentlich auch mal tauschen. Ich glaube, hier kommt Hector am besten. Ich glaube, hier kommt Hector am besten. Fällt mir ein Wagen, dann hat er gar kein Tor gemacht. Das ist natürlich ungewöhnlich für ihn. Und deswegen macht er jetzt eins. Weil das so ungewöhnlich für ihn ist, macht er jetzt eins. Ich hätte eigentlich schon viel länger einen anderen Jubel gedrückt, aber wir nehmen mal den. Was liegt denn da hinten? Sind da Schaumstoffmatten oder was? Die müssen sich doch... Hier, da ist es doch. Fußbeholten ist es doch. Also das ist wahrscheinlich sogar Stein. Die kratzen sich doch den ganzen Rücken auf. Schöner Abschluss mit dem schwachen Linken von Wagner. Und wieder mal... Das ist einfach perfekt, der Junge. Sehr geil. Schöner Pass. War das sogar Herrera oder war das Arangis? Weiß gerade gar nicht. Könnte aber sogar Herrera gewesen sein. So, in die letzten paar Sekunden machen wir jetzt natürlich den Abwehrriegel rein. Und ganz wichtig ist jetzt ein anständiges Zeitspiel aufziehen. Fuck, das hat er gut gemacht. Das hat er echt gut gemacht. Das zum Glück wieder nicht. Das mach ich nicht gut. Nein! Nein! So ein verfluchtes Lackertor, ey. Oh mein Gott. Scheiße. Das ist natürlich bitter. So ein blödes, abgefälschtes Lackertor zum 2-2. Herzlichen Glückwunsch. Ach, wie unverdient. Mist! Jetzt geht's doch in die Verlängerung. Fuck! Das ist natürlich bitter. Das ist richtig, richtig bitter, ey. So unverdient. Wäre sonst wahrscheinlich auch nicht rein. Toller Pass. Warte, glaube ich, auch Herrera. Scheiße! Oh, Mist. Jetzt geht's in die Verlängerung. So unnötig. So unnötig. Aber beide Tore vom Gegner nicht schön rausgespielt. Es waren beide halbe Distanztreffer oder sogar Distanztreffer. Der zweite war sogar abgefälschtes Lackertor. Was soll ich machen? Ich hab, denke ich, wirklich gut verteidigt gegen ihn. Gerade gegen seine Pace. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Mann, jetzt haben wir noch eine Verlängerung. Es kostet auch wieder Zeit. Oh, scheiße. Also ein Spiel schaue ich dann auf jeden Fall noch. Hab ich zwei Schlafen, muss ich sehen. Ah, eigentlich ist schon mein Ziel, noch zwei zu machen. Mist, ey. Also ich werde auf jeden Fall noch eine Aufnahme anfangen. Wenn natürlich direkt das nächste Spiel in die Verlängerung geht, dann... Mache ich dann kein Viertes? Scheiße. Gute Idee mit dem Vorlegen. Wir wären auch vorbei gewesen, aber... Oh, er hat lieber Anderson eingewechselt. Und Niyang. Und er macht wirklich das Dreckshuhrentor, ey. Fuck you! Mit seiner beschissenen Pace, ey. Vielleicht war er noch nicht ganz konzentriert genug, aber trotzdem. Muss man besser verteidigen. Wenn ich jetzt hier noch verliere, ärgerlich. Zwei Mal in Führung gewesen. Aber egal, wir machen jetzt das dritte Tor. Come on. Was stellt er denn jetzt um? Hat er schon gewählt? Vielleicht geht er jetzt auf super defensiv irgendwie Fünferkette rein oder so. Keine Ahnung. Ziemlich lucky auf jeden Fall. Ziemlich lucky. Alleine schon das 2-1. Also wenn ich jetzt nicht noch komplett einbreche hier in dieser Nachspielzeit, in dieser Verlängerung, würde ich sagen, ist es auch kein verdienter Sieg für den Gegner. Aber ein knappes Spiel, deswegen kann sowas leider passieren. Gehe direkt mal auf sehr offensiv. So viel Zeit haben wir nicht. Elfmeter. Oh, das war ein Elfmeter. Mann! Was für ein scheiß Glück der Typ hat. So ein, natürlich, was sonst. So ein scheiß Lacker. Er spielt so ultra schlecht aus mit Philippe Anders an dem Strafraum und lackt sich dann das Tor ins kurze Eck. Er hat niemals dahin gezielt. Niemals. So ein scheiß Lacker. Aber auch wie er vorher den Elfmeter nicht bekommt. Oder ich halt. Oh, naja. Das ist egal. Das Spiel ist durch. Zwei Tore werde ich nicht mehr schießen. Aber das ist echt bitter. Das ist einfach nur super bitter. Und halt war auch so unverdient. Unglaublich, ey. Danke, dass du nicht an den Ball gehst, Traurig. Scheiß Peso, ey. Ja, da sollte der Ball hin, genau. Och, ist das so ein bittere Niederlage. Fuck. Bitter, unverdient, lucky. Für den Gegner, natürlich. Jetzt spießt er aber auch schlecht aus. Ich merke, dass ich angepisst bin. Ich werde mich auch nicht nochmal in der zweiten Hälfte zusammenreißen können, denke ich. Und die Wahrscheinlichkeit, wenn ich zusammenreißen würde, ist halt sehr gering, hier noch zu gewinnen. Oder halt generell noch zwei Tore zu schießen. Schön getunnelt noch, aber es war ja klar. Ich meine, er lag ja die ganze Zeit. Macht doch irgendein billiges Zeitspiel. Eindeutig Ball gespielt. Wobei er da ganz krass reingrätschen. Also so krass wollte ich gar nicht reingrätschen. War trotzdem Ball gespielt. Scheiß Zeitspiel. Och, scheiß Lacker. Oh, das gibt's nicht, ey. Toprak, auf außen. Was ist denn hier los? Macht er leider gut. Was soll's. Das Ding war eh durch. Wie gesagt. Unverdient auf jeden Fall. Super lucky. Wir haben den Elfmeter nicht gekriegt. Ein ganz Clown. Und aus der Situation, wo wir nicht den Elfmeter kriegen, kriegt er dann halt den Konter. Das... Och. Und halt auch das generell schon. Das 2-1, dieses beschissene 2-2 Ausgleich. War ja auch mal ultra lucky. Das sollte der Ball natürlich nicht hin. Weil scheiß abgefechtes Dreckstor nicht rausgespielt. Und nur deswegen kommt er überhaupt in die Verlängerung rein. Ah, toll. Ein tollen Traumtour in der 120. Von Arangis. Er hätte vielleicht mal eher machen können. Aber natürlich ultra geiles Tor zum Ende. Ich würde sagen, das ist der geilste Distanz-Trafer, den wir bisher gehabt haben in FIFA 18. Schön unter die Latte gepresst. Oh, hat die wieder eine Position, wo man den nicht so richtig sieht. Was soll's? Was ist es denn? Fuck. Es wird echt knapp mit zwei Spielen. Aber ich versuche mich zu beeilen. Na gut. Was soll's? Unverdient verloren. Kann man nichts machen. Zwei Tore Wagner. Und nach Vorlage. Er macht mal wieder drei Score-Punkte. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal in der Praxis. Tschö, tschö.